Wie haben wir uns fünf Ziele für diese Übung vorgenommen? Erstens, wir üben das Marschieren auf die Straße mit unseren schweren Fahrzeugen. Dann vor allem das Instandsetzen von Material, was gegebenenfalls bei diesen Märschen ausfällt. Das zweite Ziel ist das Sichern von Räumen. Das dritte Ziel ist der Übergang über Gewässer, hier in der mindenden Bevölkerung bekannt durch unsere Amphibien. Das vierte Ziel ist der Einsatz unserer Taucher. Und das fünfte Ziel ist der Einsatz unserer schweren Pioniermaschinen beim Straßeninstandsetzungen und beim Bau von Feldlagern.